Schlicht und einfach ja. Aber wenn man ein Fuss, ein Fuss, das das Zentrale Symbol der Suisse, ist total absurde und sehr, sehr gefährlich. Wenn man jetzt auch einen bösen Absicht hat. Das ist die Freiheit für mich, die Freiheit will und für die Freiheit kämpft. Und wenn ich unsere schöne Stadt sehe, kann ich mit großem Wissen sagen, dass hier die Menschen hier leben und arbeiten, die diese Qualität leben und arbeiten. Musik What defines Switzerland is this tradition. This is the most important tradition in Switzerland. One, two, three, four! Musik 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 Musik